Okay, komm, wir bauen den ersten Lucky Block ab. Komm schon, wir brauchen was Gutes und... Komm, der muss jetzt gönnen. Und... LOL! Wir haben Restonia-Schuhe bekommen. Schau mal, die geben uns hunderter Schutz, Leute. Die ziehen wir schon mal an. Okay, komm. Was haben wir jetzt hier bekommen? Magma Ride. Wir haben ja eine Enduro-Achse bekommen. Guck mal, was die für krasse Special-Fähigkeiten hat. Die hat richtig krasse Super-Kräfte. Okay, guck mal, wie viel Angriffsschaden die macht. 225er Angriffsschaden. Okay, Leute. Meinen die so ein scharfes One-Hit und so eine Kuh? LOL! LOL! Die sind einfach One-Hit, Leute. Okay, wir haben jetzt noch zwei Super-Helten-Blöcke. Komm schon. Wo bist du? Oh mein Gott, das ist ein richtig fetter End-Boss-Creeper. Guckt euch das an, Leute. Aber nehmt es nicht mit mir auf. Ich werde dich vernichten. Oder guckt euch an, wie stark wir sind. Ja, komm her. Du willst Stress, dann komm her. Ich vernichte dich. Nimm das. Das ist Teil X2. Das ist gar nicht so schwer, aber nicht so level.